Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge Imperium Intergalactic Survival mit Minias und Wumsi und Bumsi. Und Bumsi zuckt immer vor sich hin so ein bisschen. Die sind beide synchron. Wenn du genau hinguckst, sind die beide synchron. Also ich habe hier gerade so eine Kamerawinkel. Weil die irgendwas erfassen, mach. Tick, tack. Moment. Die warnen, die warnen. Also wenn wir jetzt Munition, ich mach mal eine Kiste, Munitionskiste halten. Ich ziehe jetzt mal einen Rahmen hier oben drum, damit wir die Solarpanel, also auf der Seite hier muss ja zu. Nee, kann ich nicht. Ich habe keinen Beton mehr. Da muss ich Schotter besorgen, oder? Da musst du Schotter besorgen. Das ist gut. Da brauchen wir Schotter. Hab ich. Wie viel hast du denn? 67. Ich weiß nicht, ob es rausreicht, aber... Wow. Wow. Das ist... Wow. Viel. 121 sind da drin. Schotter. Oh man, eine Klötze. Stahlblock? Nein. Betonblock. Betonblock, genau. Nicht Stahlblock, Betonblock. Ich mach mal 100 Stück. So. Wir haben Fenster jetzt. Wir haben das erste Fenster. Ah, du hast hier so kleine, dünne Wände gesetzt. Ja, cool. Ja, Fenster müssen schon sein, mit wo man was sieht hier. Bisschen, äh... Können wir eigentlich auch hier wegmachen. Nö, lass mal das gehen. Den Block da. Wenn du hier vorne schmaler Dings hast, würde ich da auch schmaler machen, ja. Hast schon recht. Man kann ja eh nichts hinstellen. Das ist halt nur für die Optik, ne? Ja, aber es sieht halt besser aus, weil sonst hätte ich es jetzt abgerundet und wenn es hier Halbhohn gibt... Ähm... Ah, stimmt schon, ja. Du hast hier Blöcke angesetzt. Ach, schitz, cool. Ja, was ist das für ein dünnes Ding hier? Ach, das hast du davor noch gesetzt. Da ist mal schon was davor. Genau. Alles klar. Ach, das sind Ecken. Ah, okay. Genau. Alles klar. Naja, naja. Langsam kommt's? Nee, ja, hab ich nicht so... Hab ich mal für mich erkannt. So, 30 Blöcke. Was können die? Äh, Waffen. Nee, Basis. Kanonengeschutz. Ach, Schüssel. Reiß ich mir den Wetter. Haben wir was zu essen da? Ja, ja, Fleisch, ich mach dir. Fleische. Und Fleisch auch mal. Alles klar. Hier ist auch noch eh mal Fleisch. Tami, wirt's auch. Nee, Kühlschrank. Eh mal Fleisch. Mal noch eh mal für dich. Oder müssten wir vielleicht tatsächlich mal... Jagen gehen. Du musstest mal was anmachen. Und zwar, wir brauchen die 30 Millimeter Kugeln, müssten die heißen. Ach so, wegen den Schützen oben, ja. Mach mal so ein Zehner-Stack. Das müsste dann bei Waffen... Waffen, genau. Aber da seh ich nix. Wird nicht angezeigt. Ach so, ich bin auf Basis. 30 Millimeter Kugeln, ja? Wie viel? Zehn mal drücken. Zehn. Zehn. Zehn mal zehn? Einheiten. Nee, nee. Zehn Einheiten. Und dann wüsst du nicht, wie viel rauskommen. Zehn pro... Du bist ja da stehen. Äh... Hersteller-Produkte. Zehn pro Jahr 70. Also 700 Schuss haben wir dann, ja. Oh, das ist gut. Kann man lassen. Es ist schon wieder dunkel. Wir müssen noch mal was hell... Was hier... Was hier einbauen. Wir müssen mal Licht außenbauen. Äh, wo sind denn dünne Wände? Aber einfach dünne Wände. Da. Oder soll ich ein L-Stück hier reinmachen? Dann mach ich ein L-Stück, dann endet die Treppe weiter vorne, weißt du? Äh, jo. Zack. Du machst das? Schon? Ja, so. Guck. Kann man uns da eingehen drauf? Guck. Guck. So, guckst du. Hab ich. Jetzt hab ich ja irgendwo hingeflogen. Äh, wo? Ha? Ja, hier längs von dir. Andere Seite. Andere Seite. Hier. Hier. Gut, gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Kann man... Passt denn eine Tür hier rein, dann davor? Hier vor? Müsste eh ne passen, ja. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das schon welche können. Hier sind schon mal Blöcke, äh, fertig. Hab ich schon. Ich hab schon 30 Stück rausgeholt. Ich setz jetzt gerade die Eggnass, war das hier auf die anderen Seite... Oh, hast du eine Lackierpistole schon? Nee. Die liegt auch breit. Die kann ja nur Farbe. Hm. Mist. Wir brauchen dieses Texturierungsding. War mir nicht bewusst. Werkzeuge. Texturierung. Ah. Wie sieht's mir? Ich brauch noch 2000 Punkte. For the next level. Ich kann ja auch lernen. Kannst du machen, klar. Ich bastel weiter draußen an dem, äh, Hover. Dass das vorher geht. Dass das los geht. So, Texturierungstool lernen. Äh, Waffen. Ist das bei Waffen? Tools. Tools. Sack. Werkzeuge. Ja, genau. R-Scanner, Detektor, Bohrer. Ja, Kiepistole haben wir schon freigeschaltet. Ja. Das ist so steilmäßig. Texturierung, genau. Ach so. Hä? Moment. Wie jetzt? Bohrer. Ach, da hat es so klein geschrieben. Habe ich jetzt gelernt. Texturiere ich. Drehe durch. Das sind drei. Drei. Lackier. Texturierung. Texturierungsgerät ist angesetzt. Geil. Nee. Munitionsbehälter machen oder sowas? Nee. Geil. Nee. Was? Geil. Okay, hast du noch Glasscheiben angesetzt wegen der anderen Glasfront? Nein. Kannst du gerne, kannst du gerne dich da, äh, ja, kannst du gerne tun. Das ist ja geil. Auch noch eine Antenne hin. Geil. Geil. So, dann machen wir nämlich auch hier keine, keine Ecke rein, sondern nur die vier Dinger. Glasplatten. Erhärtete. Das sind aber Blöcke. Was hast du? Das sind die Fensterblöcke S, oder? Nee, Moment. Rot. Roter Punkt. Da. Fensterblöcke L. Äh, Herrschungsdauer 5. Dapel 5. 1, 2, 3, 4. Ähm, ich merke, du redest, aber kommt nichts an. Also, wach. Was? Hat das los? Du verstehst nicht, was ich sage. Es kommt schon an. Nein, wir sind völlig, äh, völlig drin, alle Bede. Äh, finde ich gut. Finde ich gut, Mias. Ich mag das. Es ist schön, mit dir jemandem ein Spiel zu spielen. Wann man sich auch verliebt? Wann man sich verliebt? Ich bin schon immer verliebt. Und sich freut über den anderen jeweils. Küsse verteilen. Okay, ich hör auf. Texturierungsgerät. Nee, das war für dich jetzt eigentlich. Ach, jetzt hab ich's genommen. Jetzt kannst du uns mal hinlegen. Ich mach's hier gleich als erstes, ja? Gleich ins... Du machst es mir gleich als erstes. Können wir das vielleicht nach der Aufnahme machen? Das ist mir ein bisschen unangenehm gerade. Ich muss aber nochmal zwei Schwebesysteme ansetzen. Und ich brauch einen Kern. Und... Sehe ich das richtig? Dass wenn wir die Decke aus Solarpanels machen wollen, sind die wahrscheinlich nicht so stabil wie ein Betonblock, oder? Wie viel Energie hat denn so ein Block? Halt doch mal... Ja, das ist natürlich richtig. Aber kann man die obendrauf legen? Die kann man obendrauf legen, ja. Hätte ich mich gesagt, dass wir das, ne? So. Machen? Obendrauf legen. Rein theoretisch brauchen wir eigentlich auch... Ja, gut. Für den Notfall wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir das aus... Dann lassen wir es erstmal so. Soll ich den abmachen? Ich kann den demontieren. Dann können wir das nachher gleich drauflegen, ja. Jo. So. Und dann ist der E jetzt Nacht. Ja, jetzt funktioniert der nicht. Aber wir haben jetzt erstmal einen Generator. Ah, super, Minja. Das hast du gut gesetzt, den Block. Mann, bin ich stolz. Ich glaube, es liegt daran, dass ich meine Hände auf der ABSD habe und immer auf der Leertaste liege. Ich muss mal die Finger von der Leertaste nehmen. Hört das auch auf mit dem Mehrfachblöcke setzen. Ich glaube, wir brauchen aber hier eine Säule in der Mitte, oder? Kann das sein? Das ist doch hier noch ein Generator, oder? Nein, der, der... Der Energiekondensator. Können wir da nicht auf den Core eine Säule setzen? Einfach nur... Sieht doch scheiße aus. Ja. Das ist... Nee, nee, der... 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 Der passiert nichts. Okay. Und... Einzige, was jetzt irgendwie schade wäre, wenn die Frachtbox runterfallen wollen... Wollen wir ein... Warte. Ich baue ich ein von oben. Ähm... Wie sieht es uns aus mit dem Aufzug eventuell bis hoch? Können wir machen. Machen wir. Warte. Du musst dann den nochmal leeren, aber... So. Kannst, äh... Abbauen weiter. Frachtbox sollte jetzt nicht mehr runterkommen. Du machst jetzt ein bisschen Schafast jetzt. Gut. Jetzt ist... Alles weg, ne? Jo. Krass. Weil dann wäre die Treppe auch unnötig, weißt du? Ich finde das manchmal gar nicht so schlecht. Lass mal beide Versionen haben. Ich habe hier noch 26 Blöcke für dich. Und die beiden Solarpanels werde ich mal montieren. Wie? Kommst du... Kommst du hoch, wenn ich hier eine Rundung reinmache? Ja, gell? Wahrscheinlich schon. Machen wir. Ähm... Ich muss nur... Das Problem ist nur... Dinger. Dinger? Aber wir können das erstmal so machen. Geil. Können das sogar so machen. Guck mal. So, kommst du da noch vorbei, oder? Guck mal hier. Oder? Ich habe mir hängen. Nee, geht. Guck mal noch hoch. Oben liegen noch Blöcke. Ja, perfekt. Gut, gut, gut. Das sind die Solarpanels. Die kann man auch so hinstellen, oder was? Die kann man... Da gibt es auch verschiedene... Ah, wenn man Rechtsklick macht. Okay. Genau. Das finde ich viel schöner, ja. Das ist jetzt auch realistischer, irgendwie. Also, wenn man das... Hast du die 30 Millimeter eingesetzt? Ja. Ja, ja, hatte ich. Bist du gespannt? Ach du Scheiße. Du fürst jetzt? Okay. Bumsi, bumsi. Ruhig. Ruhig, ihr beiden. Andere Friktion. So. Auf was haben die geschossen? Weiß ich nicht. Die haben Richtung westlich so. Können wir das hier? So, sind meine Glasscheiben fertig? Wirst du fertig sein. Lichtig falls. Warum schießen die auf Beutetiere? Die schießen auf irgendwelche Jäger. Frag mich, warum? Haben die eckigen Blöcke... Warte mal, gucke ich mal. Haben die genau das gleiche? 300? 600? Nee, die sind schwächer. Hm. Auf Rattanzeigen. Vor allem, wenn du da eine Ecke reinsetzt, haben wir doch die Rundung außen verloren, oder? Ach nee, die Ecke sitzt... Ach so. Und du hast auch eine andere Scheibe gesetzt. Du hast eine große 2x2 Scheibe gesetzt bei dem anderen. Ja, genau. Hm, was ist ein schöner? Ich finde fast deins. Der ist schöner. Gell, mit dem Fensterkreuz sozusagen. Wie viel brauchst du? Dann brauchst du nochmal drei Scheiben, oder hast du... Hm, ist das eine? Das heißt, die hat 250? Die ist... Oh Gott. Hab ich schon mal. Ja, und Lebensdauer 250, genau. Es gibt später noch welche mit 1000, das sind die gepanzerten... Da brauchen wir mal gehärtete Stahlplatten. So, mit Essen haben wir nicht, wa? Können wir vielleicht irgendwie das und Steak? Ich hab noch zweimal Notverpflegung. Aber ich muss eh mal selber nehmen. Also könnt ihr die eh mal geben. Also ich bin jetzt bei 150. Hast du Notverpflegung? Nein. Aber nur nehmen, wenn es wirklich MN ist, weil die 500 glaube ich macht. Okay. Ähm, was sind wir beim Promethium? Soll ich das mal hier reinmachen? Ja, wirklich. Hä? So, 300. Äh, was ist das denn? Stahlblock, zerstörte Stahlblätter. Ich stelle mal hier was hin, den müssen wir gleich mal weg. Ach Gott. Was war denn das? Wie hast du das geschafft? Bin durch den Boden gepackt. Ja. Okay. Bist du hier texturiert? Hast du einen Holzboden hier angefangen, oder was? Äh, nee. Hier unter der Basis ist ein Stück, sieht aus wie ein Holzblock. Ach nee, das ist ja... Das ist ne... 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 Äh, hier so'n, so'n, so'n... ne... Pflanzen... Ach so, und jetzt können wir sie abbauen, oder wie? Ah, dann kriegen wir die Stahlplatten raus. Genau, darum. Okay. Darum mache ich das hier noch. Dann können wir die wieder einstecken hier. Zack. Vielleicht noch was. Ich kleine jetzt mal eine Basistür, oder? Ja. Äh, Basistür, Tür, Tür. Für... Deckenlichter. Wollen wir mal anständige Lichter haben? Pflanzen... ach, Pflanzenlichter, meine ich. Auch nicht schlecht. Brauchen wir auch. Oder machen wir ein Rolltor für die vorne? Geht auch. Oh, ein Rolltor. Warte, mach... Was haben wir noch? Hangartüren? So weit sind wir noch nicht. Anzugsstationen? Hast du schon gelernt. Kraftfeldblöcke. Wär ja auch was. Weißt du, wo man einfach durchgeht? Muss ich aber leider besiegen. Ich weiß gar nicht, wo die... Ich hab das gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das zum Beispiel... Gegners abhält. Ja. Oder ob das Sauerstoff drin hält und... Darf ich kurz mal an so ein Rolltor? Selbstverfreilicht. Äh, da gibt es den Kern rausgenommen. Ja, okay. Blöcke? Ist das Blöcke? Oder wo ist das drin? Achso, ich hätte ja auch demontieren. Idiot. Flügelblöcke. Hübsch. Nee. Basis. Wo ist dein Rolltor? Da. Aber wir haben auch schon Automatiktüren. Haben wir schon. Okay. Wolle ich jetzt ein Rolltor machen oder eine Tür? Wie du möchtest. Immer eine Tür. Eine ästhetische Entscheidung, dass ich voll auf deine Seite... Ach, du machst hier gerade Stahlblöcke für das Hoverwessel. Genau. Jetzt kommt die Tür. Hier kommt die Maus. Ach, wenn ich überlege, damals, weißt du noch... Was denn? Ja, als man... Hier kommt die Maus? Nee. Als man auf die Sendung mit der Maus geguckt hat. Nein. Als man noch die einzelnen Bauteile zusammensuchen musste. Ja, schlimm. Also wirklich. Ernst gemeint. Mhm. So. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Block hier oben ersetze. Dann sieht es nicht symmetrisch aus. Äh, Wand. Wand. Oh. Oh. Gucken sie. Ich komme. Ich komme. Ich gucke. Schön. Wenn du jetzt mal reingeschaut hast, aber fehlt aber eine Decke, oder? Jetzt kann mir hier so ein Zwischengang... Doch, hier kann man aber einen Klotz. Ist das ein Klotz? Ja, den äußeren kannst du ja wegnehmen. So, stimmt. Ich kann den... Oh, vorbei. Na doch, müsste gehen. Oder den inneren in einen anderen verwandeln. Ja, ja, den inneren. Den wahrscheinlich durch den normalen Ersetzer müsste passen. Ja, okay, jetzt ist zu. Cool. Hoppemeh. Gehärtete Statue und Satium barren. Wobei man jetzt sagen muss, dass es voll die Verschwendung ist. Kann ich die auch abbauen, die Fensterblöcke? Weil dann baue ich die lieber ab. Ja, demontieren, ne? Demontieren, weil wenn die Scheibe 250 hält und ein einzelner Block hier drüben auch 250, dann machen die vier Stück keinen Sinn. Nur von der Optik. Die sind nur die Optik. Ja, natürlich, das geht nur um die Optik. Naja, dann mache ich es aber wieder weg. Also wir... Ich fand die jetzt einfach nur schöner als... Schöner als. Schöner als. Man ist einfach nur schöner als. Schöner als drei. What? Wie wählt man denn die Fensterscheibengröße bei den Glasscheiben? Ah, da jetzt. Wartet. Okay. Gut. Exturierst du schon? Ne, ich baue Hava. Soll ich dann auf der einen Seite immer nochmal Glasscheiben reinballern? So, man sieht. Gerne. So, drei Stück habe ich. Würde ich sagen, immer einen Abstand. Also vier Klötze raus, einen Abstand. Ist das die Mitte? Ist das die Mitte? Ist das die Mitte, wa? Egal. Ach, schon wieder Hunger. Leck mich doch. Naja. Ach so, ja. Dann warte bis zu null bist und dann nimm die... Aber sei schnell. Ja. Ach, fuck you echt jetzt? Nehmen wir es mal so hin. Machen wir es mal so. So, ich muss jetzt aber für Mingas hier noch einen Platz finden. 50 XP, wie sieht es denn eigentlich aus? Das ist schön. Wenn man durchbauen, kriegt man auch XP dazu. Das finde ich gut. Die Nummer ist gut. Ne? Hallo? Ja, bitte, was? Gut. Ich war gerade am Bauern. Entschuldigung, ich bin da eingeschlafen. Verödet. So, jetzt haben wir zumindest an allen vier Kanten ein Fenster, wo man mal gucken kann, was los ist. Die Fensterkanten gefallen mir jetzt halt überhaupt nichts. Da müssen wir, glaube ich, abrunden. Geh mir eine andere Tür auf einmal. So. So, den, 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 den. Äh. Soll ich es denn noch? Ne. Nüscht. Booster haben wir nicht. Booster, Schuster. 30. Deine Blöcke sind fertig. Texturierung. Ich mach das jetzt. Texturierung. Das hätten wir gerne. Der, der so futuristischen, kann ich sowas anbieten. Ich mach mal ne, 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 ne Auswahl. Na, das sieht aus wie, hm, das sieht auch nicht so gut aus. Da auch folgende, Achtung, hier. Das ist das andere, die, oh Gott, nee. Da kriegst du direkt Augenkrebs. Also ich find, die Klinker sehen halt aus wie ne Gasse. Das sieht jetzt, und das sieht auch nicht gut aus. Ne, ne? Okay, dann. Und das sieht alles drei nicht gut aus. Was ist das? Das sieht deutsch nicht aus. Ja, da, das, das können wir machen, ja. Ja? Als Fußboden? Ich operier mal. Also nur erstmal den Fußboden. Ja, für den Fußboden wäre ich es gut. Das ist jetzt nicht so grau wie der Rest. Den, den, den Core, äh, den Core kannst du nicht anpinseln, ne? Den kann ich an, wenn sie noch, da, da. Das ist jetzt erstmal nur Texturierung. Oh, jetzt wird mir richtig schlecht, weil sonst hau ich mir das Päckchen rein. Alles klar, bin voll. Müssen wir mal gucken, wie man die herstellt. Ich glaub, die sind, das wär schon wichtig. Also wo ich jetzt ein Problem hab, ist hier vorne. Ich glaub, ich setze die Glasscheibe eine weiter links. Mache ich jetzt auch. Demontieren, upgraden, demontieren. So. Jetzt krieg's halt an. Zack. So, Wände. Wände? Wände? Ah. 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 Genau. Wie denn noch? Ihr müsst nochmal bitte hin. Am Fenster, wo ich gerade bin. Ja? Mal kurz den Boden hier nachtexturieren. So, genau. Wände... Ja, bestes... Ja, so. Ich finde die linke jetzt so als... Die ist industrielle schöner. Für den industriellen Touch, den wir hier haben, weil wir ja hier links den Generator haben und die... Den entsprechenden... Ja. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm. Draußen ist irgendwas, was... Spannend ist. Ich glaube, irgendwas ihr hört draußen. Ich höre nichts. Wirst du bummsi und bummsi nicht reagieren, wenn wir ja... Warte mal, Moment. Die muss ich ja noch ersetzen. Moment. Mach ich grad noch. Falsch. Was hättest du denn von den... Von den... Diesen Eisenblöcken... Ah, das sieht nicht gut aus, oder? Ach du meine, was machst du denn? Das... Warte mal, das muss ich kurz wegbauen. Darf's gleich wieder. Das untere... Okay, ist das? Das sah gut aus. Eben dieses... Unser Boden ist ja auch so Badehaus-technisch. Warum nicht? So jetzt hier. Hm. Nee, nur eins da... Hä? Welle unten, Welle oben? Kannst du das nochmal... Ja, ich kann's... Oder kannst du oben... Ich geh so und so. Und das ist es. Äh, Welle unten. Welle unten. Genau. Das ist Badehaus. Aber hier kann ich sie nicht nach unten setzen. Was? Ja, das ist schade, ja. Dann dreh die andere auch um. Ach, das geht auch nicht, oder was? Nee, nee. Hä? Muss ich einen Block vielleicht drehen? Ach du Scheiße. Nee, ist das nicht so. Ja. Geht, ne? Komm mal. Ist ein bisschen grau so, aber... So ein Leder-Touch. Sieht halt aus wie im Darkroom. Abwischbar. Ist eher so... Ja, aber so finde ich das jetzt nicht. Äh, Schiefergranit. Ich finde das jetzt aber nicht... Nicht schlimm. Also geht... Ja. Ja. Ist cool, dass man sowas... Haben sie coole Texturen so dringebracht? Also da gibt's ja... Die Auswahl ist ja riesig. Oh, hier ist glaube ich auch noch was kaputt. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen komisch war, Leute. So. Da kann man ja noch eine Farbe auflegen, theoretisch. Theoretisch, ja. Die Decke noch. Hm, guck mal hier. Ne, finde ich too much. Muster ist blöd. Also das... Da sind ja Fugen, meine ich. Ah ja, okay. Äh... Oh, ne. Ach du Gott, ne. Ne. Das ist wirklich fließend. Ja. Dann haben wir nichts, was... Ja. Tarn-Decke. Ja? Hm, weiß ich nicht. Zu viel Muster. Also hier hätte etwas Neutrales, aber das hätten wir vielleicht einfach noch... Müssen wir vielleicht auch noch einfärben. Decke zum Beispiel. Hell ist gut. Wirkt dann höher. Dann machen wir hier so eine... Dingslöcher rein. Ah, das ist zu... Ne, Riffelblech finde ich zu hart. Ja. Dann lassen wir es doch einfach betonmäßig. Würde ich vielleicht das rausnehmen? Ja. Hä? Ist das heller als der Rest? Ja, das ist heller. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt eigentlich auf... Auf nichts. Auf Standard, ja. Ja. Das passt ja schon. Ja. Aber das Ding hier... Da bitte will ich lassen sogar. Die Witlers unter sich. Ja. Voll schlimm. Die Leute... Wir sehen uns zur nächsten Folge... Ähm... Von Empfehlung geliked ist soweit wieder. Vielleicht. Wenn wir Fleischhörmer sagen, hören... Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Hashtag... Ähm... Innenarchitekt. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.